Grenzenlos leben und reisen, Toleranz und Geduld, Nachbarschaftlichkeit, wir brauchen die Nachbarschaft, viel mehr, Heiligkeit, Rechtsstaatlichkeit, Goethe, die beste der denkbaren Alternativen, Geschwisterlichkeit, Moinschaft, Nächstenliebe, Menschenrechte für alle, Grenzenlosigkeit, Zuhause, Zusammenhalt, Erasmus, Amore, eine lange Wissenschafts- und Kulturgeschichte, Ben, ein großes Versprechen, Bildung, Offene Grenzen, um ganz toll zu reisen, Mut, Amor, Umarmung, Freundschaft, die einzige Chance, die großen Probleme der Menschheit zu lösen, Frieden, Frieden, Süßheit, freue mich auf die Zukunft, Vision, Ich bin also da für meine beiden Enkelkinder, weil ich wünsche euch, dass ihr genauso gut leben könnt, wie euer Opa, das wünscht euch, wir müssen zusammenstehen.